Mein Name ist Lucy und ich bin 15 Jahre alt. Ich muss über 25 Jahre im Gefängnis sein, weil meine Eltern mich verraten haben. Lasst mich euch alles darüber erzählen, wie ich mein halbes Leben hinter Gittern verbracht habe. Ich komme aus einer wirklich wohlhabenden Familie. Meine Eltern waren wirklich stinkreich und sie haben mir alles gekauft, was ich wollte. Zu meinem 11. Geburtstag bekam ich einen Pony und jedes Jahr eine Riesenparty. Sie wechselten die Autos, trugen nur Kleidung von teuren Marken und meine Mutter trug nur selten zweimal das gleiche Outfit. Mama und Papa schienen nicht allzu oft zu arbeiten, daher war es seltsam, dass sie so wohlhabend waren, aber ich stellte selten Fragen. Es stand mir nicht zu, sie zu fragen, was ihr vor sich ging, da ich ihre Tochter war. Sie waren eigentlich nicht besonders streng und ließen mich mit allem durchkommen, was ich wollte. Und sie wollten immer, dass man ihre Privatsphäre respektiert. Wisst ihr, wenn man in einer bestimmten Erziehung aufwächst, merkt man erst dann, dass etwas nicht stimmt, wenn es einem jemand sagt. Jedes Mal, wenn das Thema ihre Arbeit aufkam, verhielten sie sich ganz nervös und wechselten sofort das Thema. Manchmal hatte ich Lust, das Thema ein wenig voranzutreiben und herauszufinden, was los ist. Aber am Ende waren dann doch alle verärgert. Ich fragte Papa vorsichtig, was er beruflich tat oder Mama, warum sie nicht von zu Hause aus zu arbeiten schien. Sie sagten mir immer, ich soll sie respektieren und aufhören, solche Fragen zu stellen. Ich will ehrlich sein. Ich habe versucht, meine Zweifel noch ein paar Mal zu äußern, vor allem als ich älter wurde. Aber als wir in einen massiven Streit gerieten, hörte ich einfach auf damit. Sie sagten, ich sollte zu meiner Tante gehen, wenn ich so besorgt und ihrem Beschäftigungsstatus bin. Das machte mir wirklich Angst, denn wenn mein Vater und meine Mutter hatten mir noch nie gedroht, mich rauszuwerfen. Also hörte ich auf zu fragen und beschloss, dass es besser war, ihnen zu vertrauen. Das war der größte Fehler meines Lebens. Wie konnte ich mir nur vorstellen, dass meine eigenen Eltern, die mich anscheinend lieben, mich verraten würden? Soweit ich weiß, sollten Mütter und Väter sich sehr um die Kinder kümmern. Sie sollten vor der ganzen Welt beschützt werden und nicht als Schachfiguren benutzt werden. Das war genau das, was meine Eltern mit mir gemacht haben. Ich war wirklich verwöhnt und so wurde es leichter, die Warnzeichen zu ignorieren. Alles, was ich wollte, haben sie für mich gekauft. Ich ging auch auf eine erstaunliche Schule und meine Eltern versprachen, dass sie, wenn ich meinen Abschluss mache, für das College meiner Wahl bezahlen würden. Etwas Seltsames passierte, als ich 13 Jahre alt wurde. Aber ich habe mir damals nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Meine Mutter wollte, dass ich all diese Dokumente unterschreibe. Ich fragte, worum es geht, aber sie sagte, dass es in Ordnung ist, dass es nur Papierkram für die Schule ist und meine außerschulischen Aktivitäten. Diese Dokumente schienen zu offiziell, um so etwas zu sein, aber meine Mutter bestand drauf. Und dann kamen noch mehr Papiere, die ich unterschreiben musste und ich stimmte einfach wieder blind links zu. Warum sollte ich besorgt sein? Ich war minderjährig und meine Eltern haben sich sehr um mich gekümmert. Offensichtlich wussten sie es besser. Also unterschrieb ich alles weiter, ohne eine einzige Zeile zu lesen. Heutzutage kann ich nicht glauben, dass ich so dumm gewesen bin. Aber ich hätte auf keinen Fall meine Eltern verdächtigen können. Sie waren wirklich liebevoll und ich glaubte ihre Lügen, wie es jeder Teenager getan hätte. Mein Leben schien perfekt oder zumindest schien es das zu sein, bis das FBI vor der Tür war. Sie nahm meine Mutter und meinen Vater mit und sie sagten, ich soll Anwälte anrufen. Ich bin natürlich ausgeflippt. Ich war erst 15 Jahre alt und befand mich allein in einer großen Villa und fragte mich, was mit meiner Mutter und meinem Vater passiert. Ich rief die Anwälte meiner Eltern an, die mir sagten, ich hätte das Richtige getan. Sie statteten ihnen einen Besuch ab und kamen dann zu mir, mit mir zu sprechen. Sie sagten, dass alles wieder in Ordnung wird und ich war so erleichtert. Dann legten sie mir noch mehr Dokumente vor und sagten, meine Mutter hat gesagt, ich müsse die auch unterschreiben. Ich war emotional erschöpft, dass ich nicht einmal zögerte. Ich unterschrieb einfach alles auf meinen Namen. Zuerst versuchten die Anwälte zu vermeiden, mir zu sagen, warum mir meine Eltern weggenommen waren. Sie wiederholten immer wieder, es sei alles ein großes Missverständnis und meine Eltern würden bald wieder nach Hause kommen. In der Zwischenzeit kam meine Lieblingstante zu mir nach Hause. Ihr Name ist Anna und sie war so hilfsbereit und freundlich. Ich wusste nicht, dass sie bald ein Fels in der Brandung sein würde. Anna war diejenige, die mir half, den wahren Grund für die Inhaftierung meiner Eltern herauszufinden. Anscheinend waren sie in diesen massiven Betrug verwickelt und daher kam das ganze Geld. Sie hatten hunderte von Menschen durch eine Art Pyramidensystem um ihr hartverdientes Geld betrogen. Alle Geschenke, die sie gemacht haben, standen aus dem Leid unschuldiger Bürger, die meinen Eltern vertrauten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ihr könnt euch vorstellen, wie bestürzt ich war und enttäuscht, was meine Eltern all diesen Menschen angetan hatten. Gleichzeitig fragte ich mich, wie ich so dumm sein konnte, nicht zu erkennen, dass sie eindeutig in irgendeine Art von Verbrechen verwickelt waren. Meine Eltern wurden entlassen, dann kamen sie nach Hause. Meine Eltern waren total kalt und keiner von ihnen versuchte mich zu umarmen. Stattdessen teilten sie mir mit, dass ich in großen Schwierigkeiten stecke und dass sie wirklich enttäuscht von mir seien. Ich hatte nicht wirklich Zeit, irgendwas davon zu verarbeiten. Zwei FBI-Agenten standen an der Seite meiner Eltern und auch sie sahen wütend aus. Sie sagten mir, ich muss zur Bestrafung mit ihm gehen. Ich verstand nicht, warum sie mit mir sprechen mussten. Schließlich wusste ich doch gar nichts von den Betrügereien meiner Eltern. Aber sie hörten sich meine Proteste nicht an. Ich war überrascht, dass meine Eltern mich einfach mitnehmen ließen, anstatt mich zu verteidigen. Meine Tante versuchte sie aufzuhalten, aber sie konnte nichts tun. Ich konnte mich noch erinnern, wie sie meine Eltern anschrie, etwas zu tun. Meine Mutter antwortete, dass ich die Verantwortung für meine Fehler übernehmen müsse. Welche Fehler? Ich habe nie was falsch gemacht. Ich habe nicht einmal meinen Prüfungen geschummelt. Ich war vielleicht ein bisschen verwöhnt, aber insgesamt war ich ein gutes Kind. Ich wurde in diesen kleinen Verhörraum gebracht, als wäre ich eine Art Krimineller. Meine Eltern sollten eigentlich anwesend sein, da ich minderjährig war, aber sie waren nicht da. Später fand ich raus, dass sie eine Erlaubnis unterschrieben hatten, mich ohne ihre Aufsicht zu verhören. Es war der reine Wahnsinn. Die FBI-Agenten begannen, mir alle möglichen Fragen zu stellen. Ich konnte kaum aufhören zu weinen und einer von ihnen versuchte, mich zu beruhigen. Jetzt wurde mir klar, dass sie wahrscheinlich guter Bulle, böser Bulle spielten. Ich kaufte ihnen ihre Nummer natürlich vollkommen ab. Als ich aufhörte zu schluchzen, begann die Anschuldigung. Sie zeigte mir Kontoauszüge, auf denen mein Name stand. Es gab so viel Geld dort und ich war diejenige, die dafür verantwortlich sein sollte. Ich sagte ihnen die Wahrheit. Ich hatte nie etwas mit den Betrügereien meiner Eltern zu tun. Und ich war völlig unschuldig. Aber sie glaubten mir nicht. Sie beschuldigten mich immer wieder all diesen verrückten Anschuldigungen und wollten nicht verstehen, dass es ein Mädchen meines Alters unmöglich war, das kriminelle Superhirn zu sein, für das sie mich hielten. Schlimm wurde es, als sie mir die ganzen Dokumente zeigten, die ich alle unterschrieben hatte. Jetzt verstehe ich, dass meine Eltern mich komplett reingelegt hatten. Sie ließen mich aussehen, als wäre ich eine Art Genie, das das System ausgenutzt hätte. Ich erzählte den FBI-Agenten, dass ich gerade das unterschrieben hatte, was meine Mutter mir gezeigt hatte. Aber sie weigerten sich mir zuzuhören. Sie sagten, dass ich nicht dumm genug sei, so etwas Dummes zu tun. Ich wünschte, sie hätten Recht gehabt. Dann hätte ich nicht in diesem Schlamassel gesteckt, wenn ich mich einfach geweigert hätte, ein einziges Stück Papier zu unterschreiben. Ich bekam einen Anwalt und der Tag der Verhandlungen stand bevor. Ich war so nervös, dass ich nicht aufhören konnte zu zittern, als ich den Gerichtssaal betrat. Meine Eltern waren nicht da, aber meine Tante Anna war da. Sie eilte zu mir und wir umarmten uns, bevor der Gerichtsdiener uns wegtreten ließ. Das für meinen Fall zuständige Richterteam erlaubte mir, unter Hausarrest zu bleiben, während ich auf meinen Prozess wartete. Aber ich weigerte mich absolut, bei meinen Eltern zu bleiben. Sie waren Monster, die all dieses Lügengespinns geschaffen hatten, um ihre eigene Tochter für ihre Verbrechen verantwortlich zu machen. Ich hatte immer geglaubt, dass meine Mutter und mein Vater mich so sehr liebten. Aber jetzt kannte ich die ganze Wahrheit. Meine Ablehnung für mein Problem, dass ich nicht ganz allein gehen konnte. Aber zum Glück stand meine Tante wie immer für mich ein. Und ich wurde in ihre Obhut entlassen. Meine Tante nahm mich mit ins Haus und dafür war ich sehr dankbar. Sie entließ den Pflichtverteidiger, den ich bekam, und bezahlte einen guten Anwalt. Sie will die Wahrheit hinter dem Betrug beweisen. Anna und ich haben alle Verbindungen zu meiner Mutter und meinem Vater abgebrochen, wie auch den Rest meiner Familie. Meine Großmutter und meine Cousins unterstützen mich alle voll und ganz. Sie wissen, dass meine Eltern die Schuldigen sind und dass ein Mädchen meines Alters niemals so etwas machen würde. Sie finden es lächerlich, dass irgendjemand glauben würde, eine 15-Jährige könnte ein kriminelles Superhirn sein. Und sie wissen, dass ich ein gutes Kind bin. Ich hoffe, der Richter und die Jury sehen das genauso. Wenn sie es nicht tun, drohen mir 25 Jahre Gefängnis. Meine Anwälte erklärten, dass der Prozess langwierig sein wird und dass meine Eltern gegen mich aussagen werden. Ich kann nicht glauben, dass sie vor Gericht sitzen und ihre eigenen Verbrechen auf mich abschieben und alle über das, was passiert ist, belügen werden. Meine Tante hat mich bereits gewarnt, dass das der schmerzhafteste Prozess sein wird, den ich mir vorstellen kann. Werden sie wirklich in der Lage sein, ihrer einzigen Tochter in die Augen zu schauen und zu sagen, dass sie diejenige ist, die dafür verantwortlich ist, so viele unschuldige Menschen, um das Geld zu betrügen? Ich wünschte, ich könnte es vermeiden, im Raum zu sein, wenn sie aussagen müssen, da ich nicht weiß, was ich tun werde, wenn ich sie sehe. Vielleicht breche ich schluchzend zusammen. Oder ich schreie sie an und sage ihnen, wie sehr ich sie für alles hasse und warum sie mir das angetan haben. Dafür, dass sie mich ausgetrickst haben, damit ich all die Dokumente unterschreibe und dafür, dass ich mich schuldig fühle, dass ich das erste Mal versuchte, mich zu weigern. Was noch schlimmer ist, meine Eltern haben nicht ein einziges Mal versucht, mich zu kontaktieren. Ich wette, sie tun es, damit es so aussieht, als ob sie von mir enttäuscht wären. Danke fürs Zuschauen. Was ist das Schlimmste, was eure Eltern oder jemand, den ihr liebt, euch angetan hat? Schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und weitere Videos anzuschauen. Bis zum nächsten Mal.